Hallo Freunde, willkommen im Restaurant Kompass Studio, ich bin der Peter Graf und wir schauen uns jetzt eine weitere Variante der Standkontrolle an, nämlich nur die mit einer ausgedruckten Liste ohne EDV in der Servicestation. Wir haben im Handbuch dazu zwei Checklisten, die Checkliste zum Ablauf der Standkontrolle mit ausgedruckter Standliste im Einschichtbetrieb, also ohne den Datenclient und das gleiche noch einmal im Zweischichtbetrieb. Die Unterschiede zwischen diesen beiden Checklisten sind minimal, da wird einfach nur die Nacht noch mitgemacht sozusagen, deswegen machen wir gemeinsam diese beiden Checklisten in diesem Video in einem. Okay, also für diese Art der Standkontrolle brauchen wir nur Restaurant Kompass, also keinen Datenclient und wir arbeiten dabei wie gesagt mit einem Ausdruck, mit einem Papierausdruck der Standliste. So, wie gehen wir da jetzt vor? Im Einschichtbetrieb, jetzt schalten wir noch einmal kurz runter auf Einschichtbetrieb, damit man das gleich sehen soll. Jetzt sind wir da im Einschichtbetrieb, Stand 1 ist jetzt auf Einschichtbetrieb umgeschalten, ich schiebe das da ein bisschen rüber, dann können wir es einmal so jetzt da gemeinsam nebeneinander machen. Es beginnt mit dem Controller und als erstes mal wieder die Kontrollfrage, Abrechnung vom Vortag fertig und ausgedruckt? Ja, also wenn ihr nämlich einen neuen Tag beginnt, werden klarerweise die Daten vom Vortag gelöscht und natürlich verschwindet dann die alte Abrechnung. Also deshalb, bevor man beginnt mit einem neuen Tag, bitte als erstes sicherstellen, ist meine Abrechnung vom Vortag fertig und habe ich, sofern ich das möchte, die erforderlichen Daten ausgedruckt? Ausgedruckt, habe ich die Tagesabrechnung ausgedruckt, möchte ich den Stand ausdrucken und die Spiritosen, das kann man eben halten, wie man möchte. Wahrscheinlich wird es einen Sinn machen, wenn man es hier etwas ausdruckt. Also, Abrechnung fertig. Nächster Schritt, Liquidität, Losung vom Vortag importiert. Das ist dieses Modul Liquidität, das wir schon gemacht haben. Und wie wir wissen, wir können eben hier mit einem Klick den aktuellen Umsatz aus der Tagesabrechnung importieren für die Losung. Wenn zum Beispiel gestern der 16. war, dann können wir hier sehr einfach das importieren und zack, und wir haben den Umsatz vom 16. drinnen. Das sind klarerweise jetzt irgendwelche Beispielzahlen. Dann nächste Kontrollfrage, ist im Modul Wareneinsatz der Tagesumsatz importiert? Das kommt noch in einem extra Video. Und zwar haben wir, ich schiebe es da noch ein bisschen rüber, so. Und zwar haben wir die Möglichkeit zur Kontrolle des Ist-Waren-Verbrauchs- und Ist-Waren-Einsatzes, aus der jeweils aktuellen Tagesabrechnung die spartenweisen Umsätze zu importieren. Das kann man mit einem Klick machen. Und wenn gestern der 20. war, und der ist jetzt noch, der 20. ist noch, die Abrechnung für den 20. ist jetzt gerade noch drinnen, dann klicken wir auf den 20. nachdem wir die Abrechnung fertig haben. Wir sagen hier ja, wir wollen sie importieren. Und das System importiert uns die Umsätze je Sparte für Speisen, AF, Kaffee und so weiter, je Sparte hinein. Und die bleiben dann auch da drinnen stehen bis zum Ende des Monats, sodass wir eine Unterstützung haben bei der Ermittlung des Ist-Waren-Verbrauchs- und Ist-Wareneinsatzes. Also das haben wir das gemacht. Jawohl, check. Dann sind wir bereit für einen neuen Tag in der Abrechnung. Das heißt, wir schnappen unseren Restaurant-Kompass, gehen in Stand 1 und im Einschichtbetrieb gehen wir auf die Funktion Neuer Tag eine Schicht. Und genau das machen wir da jetzt. Das geht sehr leicht, ich schiebe es da nochmal ein bisschen rüber. So, wir gehen da hinunter auf Neuer Tag eine Schicht. Jawohl. Und jetzt fragt er wieder eine Bestätigung. Willst du für Station 1 einen neuen Tag anlegen? Und er informiert uns, dass eben der Endbestand zum Anfangsbestand gemacht wird und dass die übrigen Standdaten gelöscht werden. Und das wollen wir machen. Passt, jawohl. Zack. Und wir sehen, da ist jetzt alles weg. Da ist der Anfangsstand drinnen und bei den Spiritosen das Gleiche. Hier alles gelöscht. Der Anfangsstand ist drinnen. Damit ist ein neuer Tag aufbereitet. Und jetzt, Entschuldigung, bei Stand jetzt noch die Zelliste drucken. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Das ist jetzt der Anfang vom neuen Tag, klarerweise. Und jetzt gehen wir her und sagen, wir wollen bei Stand 1 eine Zelliste für den Tag drucken. Klicken da drauf. Und wir sehen, er bereitet uns hier diese Zelliste vor. Warum Zelliste? Da ist nämlich diese Spalten Umsatzstück und Umsatzeuro, die ist da ausgeblendet. Sondern da sind eben nur rein die Zellspalten drinnen. Anfangsbestand, Fassung, Eigenverbrauch und Endbestand. Die einfach dann ausdrucken. Und dann haben wir es einmal für den Stand 1. Und das Gleiche wiederholen wir bei den Spiritosen. Da gibt es die Zelliste für den Tag. Auch hier wieder ausdrucken. Dann haben wir hier wieder Anfang, Fassung, Eigenverbrauch, Ende. Das kann man dann manuell, handschriftlich ausfüllen in der Station. Kann man natürlich genauso machen. Und wenn man mehrere Stationen hat, dann wiederholt man das natürlich bei Stand 2 und bei Stand 3 dementsprechend. Das ist genau der gleiche Vorgang, wenn man mehrere Stationen im Betrieb hat. So, der Service hat jetzt dann die, der nächste Schritt ist dann Service. Also F&P-Controller hat den Tag vorbereitet. Nächster Schritt, nächster Arbeitsabschnitt findet dann im Service statt. Das heißt, Service schnappt sich hier diese Zelliste und arbeitet hier Schritt für Schritt wiederum durch. Es wird der Anfangsbestand kontrolliert. Das heißt, schauen, ob da hier diese werte hier stimmen. Dann werden Fassung und Verkauf eingetragen. Fassung, das was ich hinzugenommen habe an Ware. Verkauf ist gemeint das, was wir über die Schankanlage abwickeln. Das heißt, was automatisch produziert wird über die Schankanlage und was automatisch boniert wird. Und da einfach dann die Anzahl dieser Schankanlagenartikel hier unter Fassung und Verkauf eintragen. Dann Eigenverbrauch und Bruch im entsprechenden Eintrang und am Schluss der Arbeitsschicht noch den Endbestand. Beim Zweischichtbetrieb, zeige ich euch gleich, funktioniert das im Grunde genau gleich. Wir schalten hier um auf Zweischichtbetrieb. Und zwar zeigt sich dort zuerst in der Checkliste, wie schaut es beim Zweischichtbetrieb aus. Also es gibt erstens einmal diesen neuen Tag für zwei Schichten. Hier ist der neue Tag, da rechts unten für zwei Schichten und der neue Tag für eine Schicht. Also wenn wir zwei Schichten betreiben, dann müssen wir natürlich neuen Tag zwei Schichten machen, weil dann wird der Endbestand von der Nacht zum Anfangsbestand. Beim neuer Tag einer Schicht wird der Endbestand vom Tag zum Anfangsbestand. Das ist die Besonderheit hier beim Zweischicht, was den neuen Tag betrifft. Und beim Service ist es so, wir haben jetzt dann eine Schicht Service Tag und eine Schicht Service Nacht. Und da ist die einzige Besonderheit, dass der Tag die Zählliste an die Nacht übergibt und die Nacht dann das gleiche noch einmal für seinen Zeitabschnitt, für seine Schicht macht und dass dann die Zählliste gemeinsam mit der Abrechnung abgegeben wird. Also das ist da der Unterschied zwischen ein und zwei Schichten. Mehr ist das klarerweise, kann es auch gar nicht sein. Mehr ist das auch nicht. Okay, wir schalten wieder zurück auf eine Schicht, weil das hier jetzt am Bildschirm ein bisschen angenehmer ist zur Präsentation. Präsentation, dann brauche ich nicht so viele Daten zu zeigen. So, wir machen jetzt wieder da weiter. So, dann, also wie gesagt, Schicht 1 und Schicht 2, je nachdem ob es ein oder zwei Schichtbetrieb ist, gibt die Zählliste gemeinsam mit der Abrechnung an den Controller oder an den Chef ab. Und der Controller ist jetzt wieder am Zug. Restaurant Kompass wird wieder geöffnet, Stand 1. Dann werden eben hier die Daten dann manuell eingetragen. Das kann man wiederum entweder so machen, dass man hier die Spalte eben direkt einträgt. Das geht natürlich oder man verwendet die Eingabe Masken, wie wir sie eh schon kennen und gibt dann hier einfach die jeweiligen Standdaten über die Maske ein. Das kann man dann, so wie man es eben bevorzugt, kann man es dann natürlich machen. Dann haben wir alle Daten übertragen, sowohl beim Stand als auch das Gleiche muss man natürlich auch machen bei den Spiritosen. Auch hier müssen dann natürlich die Standdaten entsprechend eingegeben werden, auch entweder Maske oder direkt, so wie man es eben bevorzugt. So, dann haben wir alle Standdaten eingetragen und dann ist der nächste Schritt, ja, wenn mehrere Stationen sind, natürlich das entsprechend wiederholen. Das heißt, wenn die Station 2, Station 3 betreibt, wird natürlich diesen Vorgang wiederholen für die jeweilige Station. Dann haben, nachdem wir alle Standdaten eingetragen haben, fügen wir noch ein Kellner, was auch immer, daher X und dann eben den Umsatz, 333 und was auch immer. Also dann auch die Kellner eintragen und die Umsätze dazu, also die Losungen, die abgegebenen Losungsgeldbeträge entsprechend eintragen. So, und dann habt ihr eine fertige Standabrechnung und die könnt ihr dann mit eurem, mit dem Ergebnis, mit dem Bericht eures Kassasystems vergleichen. Und sollten hier dann Abweichungen zwischen Kassa und Standabrechnung auftauchen, dann sollte man die natürlich aufklären. Und hier bekommt man dann auch eine schöne Tagesabrechnung, die alle Stationen betrifft und die einzelnen Stationen noch einmal aufspaltet für 1, 2 und 3. Und der letzte Arbeitsschritt des Controllers bei der Standkontrolle sollte auch immer eine stichprobenartige, zumindest stichprobenartige Überprüfung der Stände sein. Also, dass man dann sich die Standliste noch einmal schnappt mit den Endbeständen, in die Station geht und schaut, ob diese Stände auch stimmen. Ganz besonders bei den Spiritosen würde ich das wirklich regelmäßig machen, weil da einfach kleine Differenzen große Beträge ausmachen können. Ja, und das war es im Grunde mit der Standkontrolle mit der Liste. Sie ist vom Handling her sehr einfach, aber natürlich muss man halt diese Standdaten manuell übertragen. Das ist ein bisschen ein Arbeitsaufwand, aber mit der Auswertung in Restaurant Kompass geht es dann wieder sehr schnell. Ja, soweit die Standkontrolle mit ausgedruckter Liste. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Ciao.